Und Schorsch Mayer, der Star aus München, daneben Jock West. Dann ging es auf die Ehrenrunde. Der fünffache Weltmeister und damit erfolgreichste Autorennfahrer aller Zeiten, Juan Manuel Fangio, wurde natürlich besonders gefeiert. Bis 1970 konnte man alte Automobile und Motorräder fast nur in Museen bewundern. Dann breitete sich eine Oldtimerwelle von England bis zu uns nach Deutschland und natürlich Österreich. Aus. Überall wurden Oldtimerclubs und Vereine gegründet. Aus Kellern, Scheunen und sonstigen Schuppen und Winkeln wurden die fast vergessenen Fahrzeuge hervorgezogen. Denn die einst wertlosen Gefährten standen plötzlich hoch im Kurs. Das Sammelfieber ging um, es wurde gekauft, getauscht, restauriert und repariert. Veteranenrallys folgten. Treffen und Ausstellungen. Auch bei den Weltmeisterschaftsläufen sah man im Beiprogramm die Oldies um die Kurven knattern. Auf dem Nürburgring in Hockenheim und 1974 auf dem Salzburgring gaben sich die inzwischen kostbaren Fahrzeuge ein Stelldich ein. 29. und 30. August 9. Norton Das Sammelfieber Horst Seidel mit seiner 500er Norton Mengs. Alfred Stöcker mit seiner BMW RS54. Nummer 5 Rupert Bauer mit seiner BMW RS500. München BMW Museum. Oft Treffpunkt und Startplatz vieler Veteranen Rallys, wie hier 1979. Nummer 5 Rupert Bauer mit seiner BMW RS500. Der fachkundige Besucher konnte bei den Motorrädern fast sämtliche Modelle der letzten 50 Jahre bestaunen. Es waren wohl die entscheidendsten Jahre in der Entwicklung von Krafträdern und im Rennsport. Viel beachtet wurden aber auch die legendären Wehrmachtsgespanne. das gegenüber dem Am Ezmann und im Rennsportlern. Herzen die�� Tulare aus Bateman資 gutt. Musik Musik Aber auch bei den Automobilen war alles vertreten. Vom BMW Dixi Baujahr 1929 über den unvergessenen 328er bis hin zum Typ 502 mit dem berühmten 8-Zylinder-V-Motor. Unzählige Erfolge konnten gerade BMW-Fahrzeuge in den vergangenen 60er Jahren bei Sportveranstaltungen erringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Den letzten großen Sieg mit einer BMW-Maschine holte sich 1976 Helmut Dehne auf der Isle of Men. Zusammen mit Hans-Otto Butenuth gewann er die Klasse bis 1000 Kubikzentimeter. Unter den Fahrern mit Startnummer 59 Helmut Dehne kurz vor dem Le Mans Start. Die Fans aus aller Welt bewunderten Helmut Dehne und seine BMW immer wieder. Hier einige Aufnahmen aus dem Jahr 1975. Werner Dieringer ebenfalls auf BMW. Wieder 1976 Helmut Dehne auf Siegesfahrt. Nach dem Fahrerwechsel Hans-Otto Butenuth auf der BMW von Helmut Dehne. Helmut Dehne. Diesmal hatte er die Zylinderköpfe verstärkt. Der Erfolg? Die beiden Fahrer holten sich damit 1976 auf der Isle of Men den letzten großen Sieg mit einer Solo-BMW-Maschine. Erinnern wir uns. 1907 wurde die erste Tourist Trophy, kurz TT genannt, gestartet. Erst 1939, also 32 Jahre später, gewann ein Ausländer diese schwere Rennen. Schorsch Mayer mit seiner 500er BMW. Weitere 37 Jahre später, 1976, holten sich Helmut Dehne und Hans-Otto Butenuth auf der Isle of Men den Sieg. Zum Beispiel 3 Jahre später, Vielen Dank.